Busspur. Dein Podcast rund um ÖPNV und Busse. Hier gibt's spannende Interviews mit Experten, aktuelle Infos, Gewinnspiele und einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Hier ist übrigens deine Fahrkarte. Lehn dich zurück und genieß die Audiobusfahrt. Herzlich willkommen zu Busspur. Hier ist eine ganz andere Stimme als sonst. Nicht der Manuel, euer Host. Hier ist Jan, auch eine altbekannte Stimme aus dem Podcast von der Unternehmenskommunikation der RVK. Und mir gegenüber sitzt euer Host Manuel. Hi. Genau, euer Lieblingsmoderator. Heute haben wir den 15. September. Ihr habt sicherlich schon alle ganz sehnsüchtig auf die Folge gewartet, weil heute ist ja auch Gewinnerziehung, beziehungsweise am 10. war Gewinnerziehung und heute geben wir die Gewinner bekannt. Die Gewinner selber wissen es schon. Über unseren Instagram-Account haben wir das publiziert. Ja, und der Jan hat ja gerade so schön anmogiert. Danke dafür und dann auch willkommen, Jan. Ja, hi. Es gab ja ein paar Einsendungen zu dem Gewinnspiel. Es waren auch ein paar mehr und ich habe festgestellt, dass ganz viele ganz unterschiedlich den Podcast hören. Also, na klar, auf unterschiedlichen Plattformen, aber da haben die Leute auch drunter geschrieben und Fotos mitgeschickt, wo sie in der Natur waren, wo sie zu Hause am Staubsaugen waren, wo sie am Aufräumen waren, wo sie im Bus saßen, gewonnen haben. Ich fange jetzt einfach mit dem Erstplatzierten an, beziehungsweise der Erstplatzierten. Und zwar ist das die Silke aus Eschweiler, die den Podcast gerne beim Aufräumen hört. Schon mal herzlichen Glückwunsch. Wer hat denn den zweiten Platz gemacht, Jan? Den zweiten Platz hat Ali gemacht aus Mechernich. Der hört den Podcast in erster Linie, wenn er in der Natur unterwegs ist. Also finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Haben wir so beruhigende, entspannte Stimmen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wurde ja auch schon gefragt, ob ich eine Podcast-Stimme habe. Ich so, na klar. Den dritten Platz hat gemacht Stefan aus Domesch bei Euskirchen, der den Podcast gerne im Zug hört, wenn er auf dem Weg ist zur Arbeit oder eben von der Arbeit nach Hause. Glückwunsch an die Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wollt ihr sicher noch wissen, oder beziehungsweise die Hörer wollen sicher noch wissen, was es eigentlich zu gewinnen gab. Von der RVK gab es was? Das musst du noch zusammensuchen. Ach Quatsch. Es gibt bestimmt ein Notizbuch und es gibt bestimmt Kugelschreiber und es gibt bestimmt Gummibier. Von der RVK gibt es ein kleines Fanpaket aus Sachen, die im Alltag wichtig sind. Ein Kugelschreiber dabei, eine Trinkflasche ist dabei, ein Schlüsselanhänger mit einem Einkaufschip habe ich in letzter Zeit gemerkt, daran merke ich, dass ich ein älteres Semester langsam werde, dass Einkaufschips mega, mega geil sind, damit ich mir nicht den Euro nicht mehr rauskramen muss. Also alles Mögliche, was im Alltag gebraucht wird oder wo ich immer sage, die perfekten Werbemittel sind die, die man gebrauchen kann im Alltag, für die man aber zu geizig ist, Geld auszugeben. Das gibt es von uns. Und da sind ja Sachen, weil hör mal, warum hab ich sowas nicht? Warum hab ich denn keine coole Trinkflasche und keinen coolen Schlüsselanhänger? Die kannst du gerne haben, wenn du fragst. Warum habt ihr Modellbusse? Modellbusse haben wir, ja. Oder aus früheren Chargen, aus früheren Bestellungen. Das sind aber wiederum welche, die gehen nicht als Werbemittel raus. Da haben wir früher sogar einen eigenen Shop für gehabt. Vielleicht beim nächsten Gewinnspiel, ne? Ja, wer war ja. So Modellbus so von der RVK und der Busspur zusammen, wo dann so die RSLVK, die ANLV der Busspur, so das wär doch was. Ja, jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was es von der Busspur gibt. Die Sachen, die es vom Busspur gibt, kann ich schon mal sagen, die sind 100% handmade. Also alle selbst hergestellt zu Hause mit meinen Mitteln, die ich so hatte. Plotter und Tassenmaschine und Transferpresse. Und da gibt es große, schöne Busspuraufkleber. Die müsst ihr einfach nur vorsichtig abziehen, auf euren Untergrund anbringen und ordentlich festdrücken, komplett, dass ihr auch die Folie vorsichtig und vernünftig abgelöst bekommt. In einem sehr flachen Winkel abziehen ist ganz wichtig. Dann gibt es Tassen, Busspurtassen. Da hatte ich leider nur noch zwei weiße Tassen und eine weiß-grüne Tasse. Und dann habe ich mich entschieden, der erste Platz kriegt die grüne Tasse. Also nochmal Glückwunsch an Silke, die die weiß-grüne Tasse bekommt. Dann gibt es personalisierte Schlüsselanhänger. Die sind cool geworden, das kann ich schon sagen. Schade für die Leute, die es nicht gewonnen haben. Die sind cool. Ja, der Jan ist auch schon ganz neidisch, habe ich gehört. Und zwar ist auf der einen Seite schön der Druck Busspur drauf und auf der anderen Seite euer Vorname. Könnt ihr euch also schön an euren Schlüsselanhänger dranhängen und wenn es einer klauen will, steht da halt ein anderer Name drauf. Das ist halt dann auch nicht so cool. Dann ist das so. Dann gibt es, ja gut, ich habe halt gedacht, ich lege jedem noch eine Visitenkarte dazu mit meiner Unterschrift. So ein Mini-Autogramm sozusagen. Und zwei Kugelschreiber von der Busspur. Also alles, was man gebrauchen kann. Alles, was man gebrauchen kann für den Alltag. Für die nächsten Gewinnspiele, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Es hat sich in den letzten Wochen viel getan. Wir hatten Probleme mit unserer Website-Adresse. Das war aber ein Problem des Hosters, des Anbieters, wo wir das bezahlen beziehungsweise ja abonniert gekauft haben. Die Website haben wir gekauft und wir haben das aus Versehen mit einem anderen Paket zusammen gelöscht, obwohl es für ein Jahr im Voraus bezahlt wurde. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder da. Es ist alles wieder erreichbar. Macht euch keine Sorgen. Alles geregelt. Die waren super nett und haben das auch alles ganz schnell wieder rückgängig gemacht. Ja, unterdessen haben wir von Podbean, das ist unser alter Hoster, zu einem neuen Hoster gewechselt. Das ist Let's Cast FM. Das ist eine deutsche Podcast-Hosting-Plattform mit einem erstsahndigen Support und einem rein deutschsprachigen deutschsprachigen Team. Kannst jede Frage stellen und wir haben viel mehr Möglichkeiten dort. Unter anderem muss ich jetzt euch auch leider mitteilen, dass es in Zukunft in jeder Busspur-Folge Werbung gibt. Ließ sich nicht mehr vermeiden, weil so ein Podcast, der kostet natürlich auch unheimlich viel Geld. Und deswegen gibt es vor jedem Spot, also Quatsch, was rede ich denn? Vor jeder Folge gibt es einen Werbespot und nach jeder Folge gibt es einen Werbespot. Und damit unterstützt ihr schon den Podcast völlig kostenlos, indem ihr euch das einfach ganz kurz anhört, diese paar Sekunden. Das gibt dann ein paar Cent und irgendwann kriege ich dann halt einen kleinen Betrag ausgezahlt, der dann hoffentlich reicht, um einen Teil der monatlich laufenden Kosten zu decken. In der Folge gibt es aber keine Werbung, das wollte ich nicht und das wird auch niemals passieren hier. Und wenn ich irgendwann sage, dass es doch passieren wird, erinnert mich bitte daran, dass ich gesagt habe, dass das niemals passiert. Aber ich glaube, das macht der Jan dann schon. Amen. Ja. Weil ihr solltet euch den Podcast natürlich ganz entspannt weiter anhören und auch wenn man dann in der Natur unterwegs ist oder beim Aufräumen, Staubsaugen oder auf dem Weg zur Arbeit. Es gab auch noch weitere Einsendungen. Vielen, vielen Dank an alle, die eingesendet haben. Da waren tolle Fotos bei und auch tolle Beschreibungen. Die Sarah aus Halle an der Saale, den Podcast auch gerne, wenn sie unterwegs ist beim Füttern der Enten. Und ja, der eine, da war noch ein Junge bei. Ich habe es mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, ich habe seinen Namen leider vergessen. Sei ganz herzlich gegrüßt, er ist elf Jahre alt und hört den Podcast gerne beim Busfahren. Oder wenn er an der Haltestelle wartet. Gab es noch ein Foto von der RVK-Haltestelle, übrigens. Uh, perfekt, perfekt. Und am liebsten. Viel Glück beim nächsten Gewinnspiel. Da kommen wir dann auch zur nächsten zu. Wir haben ja nicht nur einen neuen Hoster, sondern auch mit dem neuen Hoster eine neue Website. Über die Website kann man sich weiter den Podcast ganz kostenlos anhören, ohne Abonnements oder ähnliches, was man ja sonst auf anderen Podcast-Apps so machen muss, wie Spotify und Co. Und man kann jetzt auch Feedback geben. Es gibt oben einen Reiter Feedback. Da könnt ihr einfach draufklicken und könnt schreiben, wie ihr das Format an sich findet. Und es gibt unter jeder Podcast-Folge nochmal einen extra Reiter Feedback, wo ihr dann ein Feedback zu dieser einen Folge geben könnt. Das ist völlig kostenlos. Das kommt dann alles per E-Mail auf unsere Muss-Spur-Mail-Adresse und ich lese das dann. Und ich werde auch alle Feedbacks lesen und auch zu allen Feedbacks, ich weiß gar nicht, ob es eine Antwortmöglichkeit gibt, zu allen Feedbacks antworten. Wenn das nicht möglich ist, schreibt mir ruhig auf Instagram euer Feedback. Ihr bekommt alle eine persönliche Antwort von mir. Wenn ihr Fragen an Jan oder Nadine aus dem Marketing Hub von der RVK, könnt ihr das denen direkt schreiben oder auch mir und ich leite das dann sehr gerne weiter. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, ich wurde jetzt schon das ein oder andere Mal gefragt, ob man mich irgendwie unterstützen kann. Ja, kann man ab jetzt. Wir haben jetzt auf Steady eine Möglichkeit, da einen monatlichen Obelus zu spenden. Das fängt bei 3 Euro an und hört bei 10 Euro auf. Mehr, das möchte ich einfach nicht, wenn man da irgendwie 50 Euro reinballert. Man kann das monatlich abonnieren und das ist auch jederzeit kündbar. Und man kann aber auch sagen, ja, ich möchte das jährlich machen, dann zahlt man halt dann den Jahresbeitrag. Da bekommt man nichts für, aber das wird dann eben genutzt, um die Spritkosten, die ich habe und das sind nicht gerade wenig, zu tragen, um die monatlichen Kosten zu tragen. Neuanschaffung von Mikrofonen, die kosten ja auch ein paar hundert Euro, Studioausstattung oder halt den Bau unseres Studios unterstützen. So ein Akustikpanel, da bist ja auch locker mal bei 100 Euro. Und natürlich auch, um Neuanschaffungen, wie gesagt, zu finanzieren oder auch mal zu finanzieren, dass wir auf Events live gehen mit Podcasting, da wurde ich auch schon drauf angesprochen. Wann sind wir denn mal live unterwegs? Da kommen wir aber gleich zu. Denn wir machen ein Q&A mit euch und zwar vom 15. September bis zum 30. Oktober könnt ihr eure Fragen rund ums Thema Bus, ÖPNV einsenden, was macht ein Verkehrsunternehmen oder wollt ihr was über Marketingmanager oder Pressesprecher wissen. Daher hat er sicherlich ganz viel zu erzählen und am 15. November werden wir dann eure Fragen in der Sprechstunde beantworten. Ja, genug Raum für Kreativität und ja, fragt uns einfach alles, was euch auf dem Herzen liegt oder was ihr schon immer übers Busfahren oder den ÖPNV wissen wolltet. Manuel, du hast jetzt alle Leute gefragt, wo die deinen Podcast hören, aber jetzt würde mich mal interessieren, was hörst du eigentlich privat für Podcast und wo hörst du die? Das würde mich mal interessieren. Wir haben ja letzte Woche privat gesprochen, dass ich Podcast oft nutze, in der Bahn die höre, weil ich immer sehr schläfrig bei Podcasts werde. Wie ist es bei dir? Also du durftest jetzt zwar die Einleitung von dem Podcast, von der Folge machen, aber ich glaube, wir haben nicht die Moderatorenrolle vertauscht. Komm, komm, ich weiß auch, was die Leute wissen wollen. Hau raus. Also ich höre natürlich privat auch den einen oder anderen Podcast, wenn ich mal Zeit dafür habe. Seit ich den Podcast habe, habe ich kaum noch Zeit. Also die Leute wissen wahrscheinlich, können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt. Administrativ ist das eine Katastrophe, weil man muss so unheimlich viel im Hintergrund machen. Fängt schon bei dem Homepage-Namen an. Musst du buchen, kaufen, dann musst du alles einrichten, du brauchst einen vernünftigen Hoster, du musst dich mit denen in Verbindung setzen, du musst dich mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, du musst dich um Anfragen kümmern. Dann müsste man sich auch noch darum kümmern, dass man Gesprächspartner bekommt. Man müsste dir also anschreiben, welche überhaupt mal erstmal welche finden. Und da bin ich ja schon dankbar, dass das ja die Marketingleute für mich machen, weil das natürlich auch unheimlich zeitaufwendig ist und ich so einen verlässlichen Partner habe, der das übernimmt und ja, dafür machen wir auch kräftig Werbung für euch und ich mache das auch gerne, weil ich arbeite ja auch hier und ja, ist eine coole Sache, dass man das mit der AFK zusammen machen kann. Wir hatten ja auch so eine Betriebsversammlung am Sonntag, das war der 8., 8.9. Heute hatten wir eine Betriebsversammlung. Da habe ich auch einige Kolleginnen und Kollegen getroffen, die mir auch gesagt haben, ich höre deinen Podcast. Der eine hat gesagt, ich höre deinen Podcast immer, jede Folge. Vielen Dank dafür, das hat mich wirklich sehr gefreut, dieses Feedback von euch. Grüße gehen an jeden Einzelnen raus. Ja, es kommen noch viele spannende Folgen, weil der ein oder andere Gesprächspartner für den Podcast hat sich da auch gefunden und dann haben wir ja auch noch den Bewerbertag in Bornheim gehabt. Genau. Da war der Jan und der letzte Podcast-Gast, der Herr Egbert Wagner, der war auch da. Er hatte gesagt, kommen Sie doch auch mal zum Bewerbertag. Habe ich erst mal gedacht, was soll ich denn da? Und dann habe ich erkannt, dass es eine gute Möglichkeit ist, die Leute mal zu interviewen, wie es Busfahren für sie so war. Und das haben wir auch gemacht und deswegen schalten wir jetzt mal nach Bornheim und hören mal rein. Hi, wir sind hier heute auf dem Bewerbertag in Bornheim am 6. September und neben mir steht die Susanna, eine Mitarbeiterin und auch Fahrerkollegin in der RVK. Hallo Susanna. Hallöchen. Du bist ja schon ewige Zeiten bei der RVK. Benade ich dich so ein bisschen drum? Ich hatte gerade das dreijähriges Jubiläum, bei dir sind es ja schon über 20 Jahre. Und du machst das ja jetzt auch schon länger bei der RVK mit der Öffentlichkeitsarbeit. Wie läuft das denn so ab? Ja, ich habe wirklich das Glück, das Gesicht der RVK sein zu dürfen. Bin jetzt auch im Außendienst natürlich somit auch unterwegs an verschiedenen Standorten. Und das Feedback ist wirklich gut. Die Leute sprechen uns an. Wir beantworten Fragen. Zum Buswesen. Also man kann ja heute selber eine Runde mit dem Bus fahren. Was hast du für einen Eindruck, nachdem die Leute Bus gefahren sind? Wie sind so die Gefühle? Freuen die sich oder sagen sie, naja, ist doch nicht so meins? Also ich muss sagen, die Busfahrschule, die jetzt mit hier in Bornheim ist, mit dem Heiko Herr, kommt sehr, sehr gut an. Vor allem auch bei den jungen Leuten. Die haben somit die Möglichkeit, mal den Bus, um die Kurve fahren zu dürfen auf dem Hof. Die kommen mit freudigen Gesichtern aus dem Bus. Ich gehe davon aus, dass denen das richtig Spaß gemacht hat. Also grinsende Gesichter sind da, sagst du. Ja, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast zusammen. Was meinst du? Sehr gerne. Ich würde mich freuen. Ja, schönen Dank, Susanna. Hi, du bist die? Ich bin die Maren. Und du bist gerade eine Runde Bus gefahren. Wie war es denn für dich? Oh, ich fand es sehr gut. Auch wenn ich erst mal meine Bedenken hatte, aber es war eigentlich spaßig. Also sagst du, möchtest Busfahren werden? Eigentlich gerne. Was hat dich denn besonders beeindruckt? Das Busfahren eigentlich. Fährst du auch privat mit dem Bus, also als Fahrgast? Als Fahrgast, ja. Was war das für ein Gefühl für dich? Wo liegt denn für dich der Unterschied, selber Bus zu fahren, als Fahrgast zu sein? Boah, das kann ich jetzt nicht so einfach sagen. Es ist ein bisschen komplex. Aber es ist eine ganz andere Welt, ne? Ja, genau. Ja, schönen Dank Maren. Hi, wer bist du denn? Ich bin Christian, 32. 32 Jahre und du bist eben ein Ründchen Bus gefahren. Wie war es denn für dich? Eine Ungewöhnung im Gegensatz zum Auto, aber sonst haben wir Spaß gemacht. Wo liegen denn für dich die Unterschiede? Du hast so gesagt, das findest du besonders cool im Gegensatz zum Auto. Ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Ja sicher, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Also kann man dann die Region bewegen, man ist selber dann unterwegs. Wie kamst du mit den Abmessungen, mit den Größen von so einem Bus klar? War schon etwas schwierig, aber ich bin einer, der sich schnell an sowas gewöhnen kann. Also sagst du, du bist dabei? Von meiner Seite aus, ja. Ja, dann sehen wir dich vielleicht schon bald hinterm Lenkrad auf Linie, ne? Na, wollen wir hoffen. Ja, Christian, dann danke ich dir. Ja, ganz gemischte Gefühle, ne? Und verschiedene Feedbacks. Die Susanna war ja auch da. Unser Gesicht von der RVK, von der Fahrerschaft. Wie war denn der Bewerbertag für dich so, Jan? Jedes Mal cool. Also wir veranstalten das ja schon seit dem letzten Jahr. Wir haben schon insgesamt drei Bewerbertagrunden hinter uns, beziehungsweise zwei für die ganze Standorte. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Menschen kommen, die sich für diesen Beruf als Fahrpersonal interessieren und auch dieses Leuchten in den Augen zu sehen, sich mal hinter so einen Buslenker zu setzen und mal selbst eine Runde fahren zu können. Das ist ja echt schön. Wir haben Fahrlehrer da, unseren Fahrschulbus und dann kann man selbst mal eine Runde drehen. Ich habe selbst zum ersten Mal hinter dem Steuer gesessen. Du hast das auch gemacht, stimmt ja. Ich habe das auch gemacht und habe dann gesehen, boah, das ist schon, es ist was ganz anderes und das macht irgendwie was mit einem. Du strahlst den Rummigkuchen, hat er. Das muss ich schon sagen und es ist schön, dass jedes Mal viele Leute kommen, die sich dafür interessieren und zu sehen, die wollen gemeinsam, die wollen was bewegen, die brennen richtig dafür. Deswegen, ich bin immer wieder gerne auf den Bewerbertagen, weil das eine tolle Sache ist zu sehen, welche Leute danach kommen, sowohl alte Hasen im Geschäft als auch Nachwuchs, als auch Leute, die sagen, ich habe jetzt 10, 15 Jahre, weiß ich nicht, als Lagerist gearbeitet oder sonstiges. Ich will, wollte aber schon immer mal Busfahrer werden oder ich will was ganz anderes machen. Ich will einen Quereinstieg machen. Also wir haben da wirklich eine hohe, eine sehr breite Bandbreite aus Menschen, die Erfahrung haben, die das später mal werden wollen oder die sagen, ich will jetzt was in meinem Leben ändern. Ich will jetzt Busfahrer werden und umsatteln. Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis in Bornheim. Ihr habt es ja auch gehört. Die Leute fanden es super und ein Mitarbeiter, der auch da war und auch eine Runde Bus gefahren ist, der fängt sogar schon an bei uns am 1.10. Ganz viel Glück im neuen Job und alles Gute. Herzlich willkommen bei der RVK. Bei der RVK, wir haben ein neues Familienmitglied und wenn ich von einem neuen spreche, ist es acht neue beziehungsweise 18. Oh, ich weiß warum. 18 Meter lang, es sind Gelenkomnibusse und das ist ja jetzt erstmal nichts, nichts Besonderes, würde man sagen. Das sind diese, für Leute, die nicht im Fachjargon so unterwegs sind, das sind diese Ziehharmonikabusse mit dem Gelenk in der Mitte. Da würde man sagen, ja okay, da habt ihr 18 neue von bekommen, aber das ist auch nichts Besonderes. Das sind die allererste wasserstoffbetriebene Gelenkomnibusflotte in Europa. 18 Stück, also die ersten acht sind schon bei uns am Standort in Wermelskirchen eingetroffen. Für den Rhein-Sieg-Kreis kommen jetzt demnächst noch weitere nach. Also insgesamt werden wir 18 davon in dieser ersten Charge haben. Das bedeutet auch wiederum, dass wir dieses Jahr die Schallmauer von 100 wasserstoffbetriebenen Bussen durchbrechen werden. Jetzt schon in Kürze. Auch das ist einmalig. Wir haben die größte Flotte von Wasserstoffbussen in Europa. Da sind wir mächtig stolz drauf und zu sagen, dass man diese Fortführung dieses alternativen Antriebs, also sprich ein längerer Bus, 18 Meter, den man auf anderen Strecken und anderen Linien jetzt natürlich einsetzen kann, wo ein höheres Besucheraufkommen ist, das erfüllt uns schon mit Stolz und zu sagen, wir wollen diese Technologie noch weiterhin im ÖPNV etablieren. Wir wollen da vorangehen und freuen uns, dass wir die jetzt endlich offiziell einflotten durften, wie wir es nennen und vorstellen durften. Ja, also ich habe sie schon gesehen. Einen davon auf der Leinwand bei der Betriebsversammlung. Sahen echt cool aus, die Teile. Das sind Solaris-Busse, ne? Genau. Ich bin ja so ein Mercedes-Fan. Also die Mercedes-Busse, die wir haben, die sind wirklich super. Solaris, ich bin so zwiegespalten, aber die sehen echt cool aus. Bin gespannt. Ja, du sagst ja immer, die größte Flotte in Europa, die einzigen Gelenkbusse, Wasserstoffbetriebe in Europa. Zumindest als Flotte. Ja. Als Flotte, ja. Gibt es jemanden, der die größte Flotte der Welt hat oder ist das schon die RVK, die auch die größte Flotte der Welt hat? Das ist immer sehr schwierig zu sagen. Also das ist, das ist auch immer sehr schwierig in der Recherche. Da sind wir uns auch tatsächlich nicht ganz einig. Deswegen, wir wollen nicht zu viel versprechen. Deswegen sagen wir zumindest immer von Europa. Aber Fakt ist, auch wenn wir auf die Welt schauen, wir sind natürlich beim Thema Wasserstoff sehr engagiert, wollen da vorangehen und glaube, wir können schon mit breiter Brust sagen, dass wir da einer der wichtigsten oder beziehungsweise der Unternehmen sind, die da vorangehen weltweit auch, die das Thema in den Vordergrund bringen wollen. Nicht nur Wasserstoff, auch andere alternative Antriebe. Also wir haben ja einen Mix aus, du wirst es aus Euskirchen kennen, Bio-Erdgas, Batterie-Elektrik. Natürlich kann man auch Diesel nicht von einem auf den anderen Tag verbannen. Die werden aber immer weniger, die Busse, die Dieselbusse. Unser Ziel ist ja Null Emissionen bis 2030. Und wir sind offen, die RVK ist offen für alle Antriebe. Die diesem Ziel Null Emissionen helfen und die auch sinnvoll sind natürlich. Man muss ja sehen, zum Beispiel Batterie-Elektrik-Busse machen zum Beispiel nicht auf jeder Strecke Sinn. Aufgrund ihrer dann limitierten Reichweite und Zeit, in der sie aufgeladen werden müssen. Da muss man gucken, welcher Stadtverkehr zum Beispiel eignet sich am besten. Und das ist eine schöne Sache. Und deswegen, das klingt vielleicht manchmal unspektakulär, da sind jetzt Gelenk-Omnibusse, Wasserstoffbetrieben reingekommen. Ja gut, nee, das ist schon ein großer Schritt, weil damit können wir jetzt teilweise Linien wie die Linie 260 in Wermitzkirchen bedienen, die halt stark frequentiert ist. Da kommen viele Fahrgäste aufeinander und die brauchen einen großen Bus, der die transportiert. Und das ist halt bislang dann halt ein Dieselantrieb gewesen. Und das kann halt auch Wasserstoffbetrieben jetzt gemacht werden. Das ist ein ganz großer Schritt und da sind wir mächtig stolz drauf. Das ist auf jeden Fall cool, weil dann fahren ja auch die ersten Wasserstoffbetriebenen Busse der RVK in Köln rum. Die 260 geht ja von Remscheid nach Köln. Genau. Und habe ich nämlich gesehen, als ich war vor vier Wochen oder vor drei Wochen war ich auf dem Weg zu dir hier in der Hauptverwaltung. Da ist die 260 an mir vorbeigefahren und ich habe da direkt unsere Fahrerin Susanna gesehen. Das war so, aber sie hat mich nicht gesehen. Ich bin auch ein bisschen flott gewesen. Ich war ja ein bisschen spät und so, aber natürlich alles noch im Rahmen. Aber wie du schon gesagt hast, haben wir natürlich verschiedene Antriebe. Und wie ist das eigentlich mit dem Eintrag in das Genesbuch der Rekorde? Das wäre ja auch mal eine Überlegung wert. Wenn man jetzt schon die größte Wasserstoffflotte Europas hat, reicht ja schon als Grund. Ja, könnte man drüber nachdenken. Du hast gute Ideen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, so Eintrag ins Genesbuch der Rekorde, das wäre doch mal eine coole Nummer, wie ich finde. Es gibt aber noch drei Sachen, die ich ansprechen möchte. Und zwar gibt es ab heute einen neuen Fanshop. Da bekommt man hochwertige bestickte Sachen, wie zum Beispiel Kappen, Mützen, aber auch schöne bedruckte Sachen, wie T-Shirts, Pullover, Jacken, Hoodies. Es gibt Sachen für zu Hause, wie zum Beispiel ein Sofakissen, Fußmatte und eine Kochschürze. Es gibt Handyhüllen. Und es gibt auch unsere beliebten Tassen in normaler Farbe, einfach weiß oder mehrfarbig. Es gibt Campingtassen aus Edelstahl. Es gibt Trinkflaschen aus Edelstahl. Sehr tolle, hochwertige Sachen dabei. In neuem Design. Da ist einfach nur unser Logo drauf mit einem Podcast-Mikrofon. Sieht sehr, sehr schön und sehr edel aus. Kann ich nur empfehlen. Viel Spaß beim Stöbern. Und gebt mir auch gerne euer Feedback dazu über unsere Homepage unter dem Reiter Feedback. Und über die Homepage findet ihr auch oben einen Reiter Shop. Da kommt ihr dann direkt auf den Shop. Ja, des Weiteren kann man uns ja unterstützen über Steady. Dort kann man ein Abo abschließen halt. Da bekommt man nichts für. Man unterstützt einfach den Podcast bei Neuanschaffungen, wie schon gesagt, für Spritkosten oder neue Mikrofone. Das Podcast-Studio, was ja gerade im Bau ist. Und irgendwann werde ich auch ein kleines Dankeschön entwickeln, was es dann zum Beispiel zu den Jahresabos gibt. Wer nichts abonnieren möchte, kann mich auch gerne so unterstützen mit einem einmaligen individuellen Betrag über Paypal einfach an die Paypal-Adresse mrfluffig.gmx.de schicken. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So, was ich wohl dazu sagen muss, ist das, was man im Shop kaufen kann, ist in der Regel nichts, was man bei einem Gewinnspiel bekommt. Zum Beispiel die Schlüsselanhänger, die Kugelschreiber, die Aufkleber. Später gibt es dann auch mal eine Autogrammkarte dazu. Also das sind alles so Sachen, die es nicht im Shop zu kaufen gibt. Die bekommt man direkt bei mir, wenn man uns auf Events besucht oder wenn man mir schreibt, hey, ich hätte gern so einen Kugelschreiber. Alles gar kein Problem. Aber wir möchten noch kurz über den Bewerbertag in Bornheim reden. Wie war für dich das Busfahren, mal abgesehen davon, dass du es cool fandest? Das ist ja ein Unterschied zum Auto. Ja, absolut. Also am Anfang ist es natürlich stark überfordernd. Viele Knöpfe, du bist ja beim Auto halt einfach nur auf Lenken und Gas geben, aber dass du dann noch einen Bildschirm hast. Okay, hinten muss ja noch, muss ja eine Tür aufgemacht werden und zugemacht werden, dass das alles. Dann hast du wie viele Spiegel und vor allem dieses flache, große Fenster vor dir, wo du alles, alles siehst. Und mir sagte der Fahrlehrer, der Heiko immer wieder Kopf nach oben, Kopf nach oben, weil ich merkte, dass ich relativ weit nach unten schaute, wie das so ein bisschen beim Autofahren ist. Also ich merkte, die Perspektive ändert sich komplett, dass du eher wirklich in eine stärkere Ferne schaust. Also klar machst du beim Autofahren auch, aber trotzdem ist es eine andere Perspektive, die du einnimmst. Und was ungewohnt war, aber darauf hatte ich mich eingestellt, weil ich das durch die tägliche Arbeit hier wusste, dass es beim Bus oftmals darauf ankommt, schon sehr, sehr weit fortzufahren, wo man eigentlich schon denkt, mit der Schnauze vom Bus, ich komme doch jetzt gleich hier gar nicht mehr rum. So, ich komme doch nicht mehr rum. Doch, dann und dann erst einzuschlagen und das dann ganz langsam drumherum, das war dann trotzdem in der Praxis ungewohnt. Aber das hat total viel Spaß gemacht. Wie war das für dich mit dem Fahren über den rechten Spiegel? Auch ganz komisch, ganz komisch. Ein Riesenteil, was da dran hängt. Ja, und gucken. Also wirklich, das ist, wo ich gesagt habe, das hat am Anfang mich überfordert, aber ich bin da mit dem Gefühl rausgegangen, deswegen bloß nicht abgeschreckt davon sein. Wir haben Gedanken daraus gegangen, daran gewöhnt man sich, dass man hier deutlich mehr Möglichkeiten und deutlich mehr Perspektive hat, als man eigentlich denkt. Man denkt ja vielleicht auch oft, Bus, das ist vielleicht was sperriger für mich vorne. Nee, du siehst schon sehr, sehr viel. Warst du ein bisschen überfordert damit, mit der ganzen Situation? Total. Absolut. Total. Also, ich muss aber auch dazu sagen, ich konnte mich nicht sonderlich da mental drauf vorbereiten. Wir hatten alles aufgebaut und wir hatten gewartet, bis dann die ersten Gäste kommen. Und da hast du direkt ins kalte Wasser geschmissen. Genau, der Heiko, der Fahrlehrer, guckte mich an und sagte, bist du eigentlich schon mal Bus gefahren? Ich so, nö. Und dann nahm er mich schon am Arm und sagte, dann kommst du jetzt aber sofort mal mit. Und dann innerhalb vom Bruchteil von Sekunden habe ich mich auf diesem Platz wiedergefunden und dachte, ja, okay. Halbe Stunde bist du gefahren? Nee, nein. Oder habe ich mich gerade verhört? Nee, ich bin einmal um den Block gefahren. Innerhalb von Sekunden war ich auf dem Platz und dann ging es los. Ich würde sagen, für mich war das lange. Ich glaube, am Ende vielleicht mit Ab- und Anfahrt fünf Minuten vielleicht. Einmal um den Block. Man kann natürlich einmal um den Block fahren auf so einem Bewerbertag, aber dann ist natürlich nicht mit dem richtigen Busfahren zu vergleichen. Das ist einmal kurz drin gesessen und wieder draußen, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt und man sieht, wie groß das eigentlich ist, wenn man nicht als Fahrgast im Bus sitzt. Was wir noch haben? Wir haben unsere zehnte Folge. Jubiläumsfolge, Gewinnerziehung, ganz viele neue Sachen haben wir eben schon gehört. Wir haben aber noch das Best-of-Busspur der letzten neun Folgen und das hängen wir euch jetzt zum Schluss dran, nachdem wir euch verabschiedet haben und ich euch noch gesagt habe, wie ihr sicher schon gehört habt. Es gibt ein neues Intro. Das hat eine ziemlich nette Dame aus Amerika gesprochen, Deutschland geboren und aufgewachsen, ausgewandert und die hat auch schon Werbung gesprochen für so ganz riesige Weltkonzerne wie Lindschokolade oder so, hat die auch schon gemacht. Also war ich ganz begeistert. Die war ganz nett und finde es ist ziemlich cool geworden. Ist auch übrigens die Stimme aus unserem neuen Werbevideo und Trailer auf YouTube und Instagram. Und die macht nämlich jetzt auch das Outro für euch. Also danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao. Und Glückwunsch an die Gewinner. Bye, bye. In den acht Jahren, es hat sich alles verändert, wo ich dann zwischendurch schon mal provokant auch die Frage stelle, uff, haben wir jetzt rückwärts oder was hat sich verändert? Da kam auch die Tage ein Mädel rein bei mir und legte mir dann drei Euro hin und wollte Preisstufe 1 Abend kostet drei Euro und ich drücke ihr das Ticket aus. Ich habe das Geld nicht weggenommen, es lag immer noch da. Ich drücke ihr das Ticket aus und sie steht da und guckt mich an. Habe ich gelächelt und habe gesagt, kann ich sonst noch was tun? Sagt sie, ach egal, behalt den Euro. Da habe ich gesagt, junge Frau, sie haben mir drei Euro für ein Drei-Euro-Ticket hingelegt. Da hast du dann selber gemerkt, dass das... Sie hat echt gedacht, sie hätte da zwei, zwei-Euro-Stücke gelegt. Die stand dann da und guckte mich an und ich sagte, kann ich sonst noch was tun? Behalt einfach den Euro-Satz. Alles von der Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Giveaway-Events, unter anderem Social Media, Website... Also bei dir kann man auch was abstauben, sagst du? Ja, also... So Giveaways, ne? Das Schöne, hast du welche da für mich? Gerne, bedient dich bitte. Ja, mach ich gleich. Sehr köstlich. Sehr köstlich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist richtig. Ja. Was war denn für dich so der schönste Ort auf deiner Europatour, wo du warst? Das schönste Land, die schönste Stadt? Ich überlege gerade, ich glaube, die schönste Stadt ist tatsächlich, fand ich Bologna. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist wo? In Italien. Ich sollte mich schämen als ein Italiener, also hier so. Hier Bolognese und so, ne? Ja. Aber mein Buch Jugendsprache empfehlen kann ich auch. Jugendsprache verstehen kann ich auch sehr empfehlen. So rum war es. Auch sehr, sehr, sehr witzig. Jugendsprache kann ich empfehlen. Also wenn du die... Ja, das nicht, aber... Also was ich da schon mitbekomme im Bus ist schon... Stimmt, du bist ja eigentlich direkt an der Quelle, ne? Ich bin... Deswegen habe ich es auch geschrieben. Ich hatte überlegt, mich auch zu bewerben, aber ich glaube, mir gefällt das Busfahren einfach zu sehr. Ja, dieses erweiterte Führungszeugens Belegart Null ist das. Das weiß ich noch. Da steht alles drin. Also da bleibt nichts verborgen, Leute. Bei mir scheint nichts drin. Also auch nicht allzu viele Punkte haben in Flensburg. Das muss man auch vorlegen, ne? Das Flensburger Register, Auszug, Leute. Da, wenn ihr irgendwie sieben Punkte habt, dann ist das sehr schlecht. Ab acht gibt es ja ein Fahrrad. Muss man sich das selber kaufen. Hat euch die Folge gefallen? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um uns zu abonnieren, zu bewerten, zu folgen und vor allem bei der nächsten Folge Busspur wieder dabei zu sein. Über unsere Homepage www.busspur.com und über unserem Instagram-Kanal bleibt ihr immer auf dem Laufenden.